Denomination! Schwanz, Ohren. Du siehst sowas von wie ne Katze aus. Ist voll irre. Ja, erstaunlich. Ist total leicht. Oh, Sekunde, Sekunde, warte. Nun musst du noch lernen, dich wie eine Katze zu verhalten. Ich konfrontiere dich mit ein paar Situationen und du reagierst wie ne Katze. Alles klar. Holt's. Au, ich will nicht. Nein, nur Trottelholenbällchen. So tief sinkst du nicht. Katzen landen auf den Pfoten. Echt jetzt? Und wie? Ja, ich kann's. Gut gemacht. Bein da. Ist ein Naturgesetz. Auf gar keinen Fall. Das kannst du voll vergessen. Leute, ihr habt mir gepflegt. Ach, Mel. Hoch. Schwanz ins Gesicht. Gut, Po an der Tasse rein. Über die Tasten marschieren. Ja, genau so. Kaffee auf Computer. Und runter. Super. Ja, du kannst es. Näher an der Katze kann ein Hund nicht sein. Friss Sweet Pea. Was? Katzen fressen Vögel. Willst du wirklich, dass sie Sweet Pea frisst? Nein, natürlich nicht. Das war ein... Okay. Budget aus. Böser Hund. Böser Katzenhund. Oh! Toilige. Böke. 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 Es tut. Böke. Aberdar. Töne.